Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Auffüßung von Geoway von der Desolate Space und ich zeig sie euch noch mal kurz. Da ist sie auch schon. Die ganze ist glaube ich Wellrun quasi. Was sie jetzt momentan den Marktpreis kostet weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie einen guten Flow, man sieht nicht wirklich einen Kratzer, aber das ist bei der Desolate Space als so üblich. Vielleicht hier auf dem Minderungsstück vorne und ja nicht lang schnacken, gleich machen. So und der Gewinner ist. Keiner anderer. Jeremy, was? Sorry, ich nenne dich einfach Jeremy. Jeremy hat gewonnen, du hast gewonnen, weil ich klicke auf den Bonus-Entry. Ja, Glückwunsch, Germany. Ja, Glückwunsch an dich. Du bist der Gewinner von dieser Desolate Space. Und an alle, die jetzt nichts gewonnen haben, nicht traurig sein. Es wird nicht das letzte Geoway gewesen sein. Aber kein Plan, wenn ich das nächste mache. Kann irgendwas sein. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, über den Abo würde ich mich freuen. Daumen nach oben ist schätze ich mal Pflicht. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. 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 Euer Alex.